Wenn Du Dir aus 1440 Minuten ausgerechnet die Besonderen herauspickst, muss das von besonderer Bedeutung sein. Wusstest Du, dass die Chancen relativ schlecht stehen, eine der spirituell bedeutsamen Uhrzeiten des Tages einzufangen? Es ist schon ein ziemlicher Glücksfall, wenigstens ab und zu um 11.11 Uhr oder 21.12 Uhr auf die entsprechende Anzeige zu schauen. Bedenkt man, dass ein Tag nicht nur 24 Stunden, sondern sage und schreibe 1440 Minuten hat, relativiert sich diese Rechnung erst recht. Zählst Du trotzdem zu jenen Menschen, die ein außerordentlich gutes Händchen für Zwillings-, Drillings- oder Spiegelzahlen haben, dann muss eine höhere Bedeutung dahinter stecken. Die spirituelle Welt geht davon aus, dass solche magischen Zahlenwunder nicht ohne Grund passieren. Jeder Blick auf die Uhr, der Dir eine solche Rarität beschert, ist daher von Bedeutung. Wie Du ganz ohne ausgefeilte Kenntnisse zahlenmystig diese speziellen Uhrzeiten interpretieren kannst, das verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Spiegelzahlen 13 Gelegenheiten, eine frohe Botschaft zu erhalten. Beginnen wir mit einem relativ seltenen Phänomen am Ziffernblatt, nämlich den Spiegelzahlen. Interessanterweise ist es ausgerechnet die Zahl 13, in der sie im Laufe eines Tages vorkommen. Hier lohnt sich daher ein näherer Blick auf jede einzelne ihrer Bedeutungen. 1.10 Uhr Diese Uhrzeit verspricht Dir, Liebe und im wahrsten Wurzeln, alles Gute. 2.20 Uhr Wenn Du diese Uhrzeit siehst, stehen gute Nachrichten ins Haus. 3.30 Uhr Die gespiegelte heilige Zahl 3 lässt Dich wissen, dass jemand ständig an Dich denken muss. 4.40 Uhr Hast Du bei jemandem etwas gut zu machen? Diese Uhrzeit erinnert Dich daran. 5.50 Uhr Unverhofft kommt oft, das ist die Botschaft hinter dieser Spiegelzeit. 10.01 Uhr Dein heimlicher Schwarm schwärmt leider für jemand anderen. 12.21 Uhr Ohren auf, man spricht über Dich. 13.31 Uhr Fehler passieren Schwamm drüber. 14.41 Uhr Freu Dich über ein Wiedersehen, das Dein Herz höher schlagen lässt. 15.51 Uhr Du spielst die Hauptrolle in Jemandes Träumen. 20.02 Uhr Jemand vermisst Dich schmerzlich. 21.12 Uhr Diese Spiegelzeit soll Dich wissen lassen, dass Du niemals allein bist. 23.32 Uhr Vorsicht vor Neid und Misskunst. Du kannst stolz auf Dich sein, aber das sehen nicht alle so. 2.Zwillingszahlen Die Uhr tickt 24 Mal pro Tag und bringt Dich Deinem Schicksal näher. Zwillingszahlen sind die häufigsten himmlischen Zifferngebilde auf Uhren und digitalen Displays. Einmal pro Stunde können sie sich ereignen, also etwa um 8.08 Uhr oder um 13.13 Uhr. Hierzu ranken sich jede Menge Theorien, über die wir Dir hier einen kurzen Überblick verschaffen möchten. Die spirituelle Welt geht einerseits davon aus, dass sich Zwillingsuhrzeiten mit dem Erscheinen Deines persönlichen Schutzengels kreuzen. Jeder einzelne dieser magischen Zeitpunkte steht daher stellvertretend für einen bestimmten Engel. Du kannst nachlesen, welcher gerade neben Dir steht, wenn Du um diese Zeit zufällig auf die Uhr schaust. Die meisten dieser himmlischen Begegnungen dauern einige Minuten und Du hättest Zeit und Gelegenheit, mit Deinem Engel Zwiesprache zu halten, wenn Dir etwas auf dem Herzen liegt. Die zweite allgemeinere Deutung von Zwillingsstunden ist diese. Sie zeigen Dir den Anfang von etwas Neuem oder das Ende einer Ära, die Du endlich hinter Dir lassen kannst. So gesehen dienen sie als kosmische Aufmunterung, die Dein Durchhalten belohnt und Dir Hoffnung und Zuversicht schenken soll. Die dritte wichtige Interpretation dieser Uhrzeiten ist Dein ganz allgemeines Zeichen von ganz oben, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Betrachte diese Zahlen, wurden als göttliche Rückversicherung, dass alles gut werden wird, solange Du Deinen Glauben und Dein Vertrauen nicht verlierst. Nummer 3 Drillingszahlen Die ultimative Rarität am Ziffernblatt Es gibt sie pro Tag nur fünfmal und deshalb verdienen Drillingszahlen unsere besondere Aufmerksamkeit. 1.11 Uhr Trau Dich, egal was es ist. Wenn Du nicht aufhören kannst, daran zu denken, wird es höchste Zeit, endlich damit loszulegen. 2.22 Uhr Großes Kompliment von oben. Du machst alles richtig und bald schon wirst Du den Lohn für Deine Mühen und Deinen Fleiß ernten können. 3.33 Uhr Sag Ja, egal worüber Du Dir im Unklaren bist. Diese Uhrzeit möchte Deine positive Einstellung einer Sache gegenüber stärken, die Du im Moment noch anzweifelst. 4.44 Uhr Entscheide Dich hier lieber für Nein, wenn Du Dir nicht ganz sicher bist. Es ist vielleicht nicht das Richtige für Dich. 5.55 Uhr Spontane Veränderungen stehen ins Haus. Begrüße sie voller Freude und fürchte Dich nicht vor ihnen. 4. Zahlenreihen Hülle und Fülle Erwarte mehr vom Leben. Wenn Du zufällig auf die Uhr blickst und es ist beispielsweise 1.23 Uhr, dann hast Du es mit dem seltenen Phänomen einer Zahlenreihe zu tun. Sie gelten innerhalb der spirituellen Community als besonderer Glückstreffer, denn sie versprechen Gutes, das noch viel besser wird. So wie die Zahlenreihe sich aufbaut und vermehrt, so wird es sich schon bald mit Deinem Leben verhalten. Du bekommst mehr von etwas, von dem Du Dir schon lange mehr erhoffst. Es kann sein, dass dieses Phänomen sich in einer Phase des Wartens und der Unsicherheit zeigen wird. Vielleicht hat Dich das Universum schon länger auf der Ersatzbank geparkt und nun kommt endlich Deine Zeit, um zu glänzen. Aber auch in finanzieller Hinsicht sind Zahlenreihen buchstäblich vielversprechend. Die Zeiten der Entbehrung sind vorbei und wer sich nach Liebe sehnt, menschlicher Wärme oder nur nach Anerkennung, darf ebenfalls hoffen. Zeigt sich eine Zahlenreihe am Display Deiner Uhr, stehen gute Zeiten bevor. Alles Gute vermehrt sich, der Mangel hat ausgedient. Unser heutiges Fazit. Die Dynamik im Uhrzeigersinn arbeitet in Deinem Sinn. Zahlenmäßig sind himmlische Uhrzeiten eine runde Sache. Sie sind kurze, aber eindeutige Zeichen von ganz oben, dass jemand ein wachsames Auge auf uns hat. Zwillings, Drillings und Spiegelzahlen berichten von günstigen Gelegenheiten, Silberstreifen am Horizont, Neuanfängen, Liebe und Schicksal. Zahlenreihen am Display Deines Weckers oder Deiner Uhr sind sogar noch bessere Glückszeilen, denn sie versprechen Dir gute Aussichten und reiche Ernte, egal was Du auch anpackst. Freue Dich, wenn Du Uhrzeiten dieser besonderen Art zu sehen bekommst. Sie sind wie ein kosmisches Augenzwinkern, das Dir Dein Schutzengel zukommen lässt. Wenn Du Dir nicht sicher bist, was sie bedeuten sollen, entscheide Dich für die Botschaft, die zwischen den Zeilen jeder himmlischen Nachricht steckt. Sie lautet, alles wird gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!